Musik Die Zuchtzugskraft ist optimal, mit dem i-Shift-Getriebe kombiniert natürlich eine optimale Lösung für jeden Transport. Es ist sehr weich, es sieht super an und schaltet schnell und sauber. Man merkt gar nicht, dass das ein 40 Tonnen Auto ist. Beim Rausbeschleunigen von Kreisverkehren sehr gut geschaltet, den richtigen Gang drinnen gelassen und war sehr angenehm.